wir müssen jetzt jeden einzelnen blöden wichser noch mal umschießen ich kenne das manchmal verpasst man leuten in headshot obwohl man das überhaupt nicht möchte kommen wir haben doch wir programmieren ja wir müssen wir nur abgeben ja ein satz viel abgeschlossen bleiben sie bei karne programmieren und beschützen sie beschützungsmission ja er hat das jetzt doch gemacht oder wir haben den ball nicht vergessen und wir haben ihn ein eigenes fahrzeug wir hatten check point erreicht deswegen habe ich mir auch gesagt es wird so schlimm wenn er die jetzt abknall ich erinnere mich weiter ja warum fahrt ihr überhaupt weg wo fahrt ihr eigentlich hin wir fahren hinterher 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 kommt gleich einer nein da kommt neilie ach so ich werde gefahren ich bin praktisch heavy ich werde gefahren naja ich bin hier gar nicht irgendjemand fährt dieses auch gefahren ja der karl ja so praktisch ich habe einen verfolger von der straße abbetrinkt er ist ein anderes auto gefahren ist alles in die luft geflogen ups nein ich will ja kein klischee erfüllen aber Pippin dass du ne AK trinkst das passt zu deiner schießmütigkeit mhm 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 er hat sich der karl verarscht er guckt ob vorne schon jemand steht jo, der hat sich den Paragons gemischt mit aller anderen Achtung aber ich muss sagen, war der wow, nice so schön die man wissen, ich verfiss Bolivien aus Wildlands das war schön dieser Bolivian ist dünner wenn er irgendwelche Ganksters hatte was dieses Pseudomilitarische Eiland finde ich jetzt kein so schönes Szenario ja, aber ich finde die Berglandschaft schon sehr schön ja, wow aber ich finde es sollte wow dann bleibt sitzen, wir kommen wow ja ja Pippi, töten sie einfach ja, war gar nicht so einfach sie sind abgelenkt zieht durch, zieht durch ja, ich spawne jetzt gleich irgendwo wahrscheinlich ja, mach das nicht, bleibt liegen ach so, kann man einfach von ihm bleiben ja das ist praktisch muss ja bald fertig sein ich meine, wir haben auch einen kaputten Reifen aber das wird oh du wolltest aber auch noch weiter ja karl karl ok, es geht weiter karl hat's Auto vordergefickt karl 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 das tötet mich äh, Gegner ja Fasensperre fased Hier, bleib genau da sitzen! Und für was? Zips! Haben wir gerade die Mission beendet? Ja, ich hab ihn wieder aufgerufen und dann hat er den Kater aufgehoben. So, nicht geht, weil ich gut gefertig bin. Ist geklärt. Haben dann nicht alle Enemies in the Bridge gebildet? Nee. Da unten ist einer. Komm rechts von der Bündel. Vorsicht, das sind unsere Leute! Das sind unsere Leute! Ich weiß. Oh, jetzt wird schon eingehört. Keine. Ja, sehr gut! Kannst du jetzt mal... Zwischen. Wir schauen mal mal, Saka, du. Ich bin Karl! Karl! Wie geht's dir, alter Stift? Kim, ich mach dein Auto! Mitten im Schneewechsel sind die Blumen, nice. Ja, das ist hier. Wie heißt es hier? Weiß man doch nicht. Immer grün. Nein! Ezia! Da... Oh, la dieee! Hey! Oh, la dieee! Fressen Sie mit Karl! Fressen? Was, sprechen oder fressen? Ich hab's gesagt gerade in der Animation... Fressen Sie mit Karl! Mittag! Spricht mit ihm und es ist übel interessant! Mein Typ lächelt wieder! Das heißt, er bringt euch jemanden um oder vergewaltigt eine Ex-Profen aus. Klingt beides auf jeden Fall mega spannend. Das ist ja Karl. Wir haben mit Karl gesprochen. Eowen. Wow, Mann. Wieso bist du 2,3 Kilometer entfernt? Weil ich durch die Explosion meines Autos gestorben bin und an den Originalpunkt wieder zurückgesetzt wurde. Sehr gut, dann bringen Hubsrauber mit. Wie schwierig. Hier wächst keiner. In das Waldlandreich. Und wir sitzen hier gerade im Milchgewaldlandreich. Äh, ja, ich bin glaube ich gerade im Nebelgebirge, wenn du so willst. Ja, aber hier daneben wäre auch ein Iwakwak, an dem wir uns ausstatten könnten. Du meinst, man könnte da etwas markieren? Eine exakte Menge. Das war hier. Ich habe es markiert mit einem Kessendee. Meine Herren. Stopp, wenn ihr in das Fahrzeug... Was macht der denn hier? Atme. Atme? Kannst du dich abholen? Na, du hast Sitz. Kann ich einfach quer rüberfahren? Ja, okay. Los. Es ist nicht so leicht mit dem einfach quer rüberfahren. Ich werke gerade. Nein, ihr seht ja den Rauch schon am Hauptschon. Wow. Diese ganzen Tarnfleck-Fahrer, man. Alles Arsch. Tarnfleck-Fahrer. Fleck-Tarn-Fahrer vielleicht. Aber die Tarnfleck-Fahrer. So, bist du... Das ist jetzt dein Ernst. Du steigst jetzt einfach auf dieses Moped auf und gut ist. Aber der Atme fährt auch nur so schnell, weil er dafür seine Tastatur vergewaltigt, wie man hört, ey. Klack, 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 klack. Ich fahr immer so. Ja, Schaltwagen, hä? Was ist jetzt ernsthaft? Ich habe dieses Moped steigen. Kuppeln habe ich noch nie benutzt. Ich kenne nur den ersten Gang. Ne, ich schalte ohne Kuppeln. Kostet nur Zeit. Mich kuppelt auch keiner. Kostet nur Kuppeln. Ja, da hat er recht. So, Martin, sollen wir dich zu uns rufen? Aber irgendjemand in dem Stream wollte dich doch heiraten. Wir können nicht zu uns rufen. Oder du gehst einfach so zu uns? Ja, Teleport bist ja voll unrealistisch. Ne, wir rufen dich ja so. Hallo, hier sind wir uns. Ach, hi. Ja, ich bin auf dem anderen Berggipfel. Wir können uns quasi zujudeln übers Tal. Ich habe einen Heli gefunden. Zujudeln? Was ist zujudeln? Ein jodeln ist zuubeln. Jodeln? Ja. Nein. Ammo wurde aufgeladen. So, ich muss jetzt erstmal mit der Waffe changen, weil ich hätte gerne eine normale G36, aber nicht die Scout-Variante. Ich will doch was zum dritten umnacken. Was ist denn die Silversteak-Tactical? Hier ist einer Sichtkontakt. Im 4A1-Title. Im 4A1-Assault. Gertroffen! Tagt... Ja. Ach gucke mal irgendwie... Aha. Ey guck ich mach einfach mal so ne Kesse AK-Flicht mit sich und jetzt so richtig heim mit fucking Gang-Storn und mal lachlich. Ey mit Trommel war ganz süß. Ich schreib mir in mein Notizbuch, jaa... Möchen, Mandarine... Er schreibt in sein Notizbuch Möchen und Mandarinen. Das wird eine spannende Geschichte, ich seh das schon. Warten wir noch auf dem Mann-Inventum am Lager? Ich bin schon da, aber ich bin schon bei euch. Nach dem Kriegseinsatz erstmal zu Aldi. Man kennt das jetzt. Klar, aus den Kriegseinsätzen, die unsere Generation alle so... Ich bin bereit, euch abzuholen. Wiederholst du sagen, was du Lubschnauber? Ja. Komm mal. Komm mal, wir möchten so wenige Waffen. Das ist voll doof. Weil du eh nur eine halten kannst. Was soll denn? Ja, aber ich würd gern einen nehmen, wie diese Kacke aussieht. Na, dann malt sie halt grün. Nicht gar nicht. Das geht bei der Division-Waffe nicht. Ja. Deswegen nehm ich ne andere. Ja, aber ich hab nur vier irgendwie. Ja, du musst halt diese Konzepte, äh, freischalten. Oder kaufst du dir mal mit dem Aerobie, bis da... ... im Waldland reicht. Gut. Also du hast nen Übschrauber, Martin. Ja. Überherlaufen. Ding! Ne, wenn der Heli schon raucht... Nein, der ist komplett intakt. Der hat null... ...Azerro-Schaden hat er. Wie hast du das geschafft? Ähm... Es war kein Baum in der Nähe. Ich hab noch so viel gesucht. Ich hab einfach keinen gefunden. Da vorne ist einer. Ja, nehm schon mit. Jetzt, beim Start zwischen beiden Bäumen durch. Pass mal auf. Auf zu Eowin! Oh, wie's aussieht, müssen wir aufm Weg zu Eowin übern Karatras. Was? Wir könnten nicht unter ihm durch. Meinst du, ich soll durch die Minen von Moria fliegen? Ja, Mann! Wenn's uns freut, der uns reinlässt? Schreib freut uns mit rein. Freut! Ja, ob es herwert. Oh, die Tür auf. Voller Sack. Ich bin auch im Kurzarbeit. Corona und so. Ey, das war's. Die Vizeputoria, die war nicht tot. Ja, war Corona. Wir hatten Schicht frei. Das war Wochenende. Leute, hier können nicht 500 Zwerge in einer Halle sein. Das ist Corona. Ganz ehrlich, ey. Warum war wohl die Gemeinschaft des Ringes so klein? Damit sie einst heißen Abstand einräumen konnten. Nein. Deswegen meine ich... Die waren die auch alle zusammen zwei Monate lang in Bruchtal. Damit war's nur noch ein Haushalt. Und damit durften sie losziehen. Die haben dich auch in Bruchtal Polen gemeldet. Deswegen sind auch die Arten da nicht mit. Das sind Risikopazienten. Warum kommt die Arten da nicht sofort mit? Risikopazienten. Den hat die was gemacht? Die wollten, die durften nicht, weil sie noch nicht geimpft waren. Und wo rum ihr war'n Querdenker? Nein, Tobenburger! Nein. Ja, aber die einzig wichtige Frage ist doch, querzirne spielt Rosten. Gandal. Safe! 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 Osten Gandal. Das ist vorumnehmig nur vom Menschen. Der hat jetzt die ganze Karriere im Arsch ist, nämlich da rein zu zeigen. Hey, woher kennt ihr mein Gewicht? Das ist so ne kritische Masse. Ich glaub, wir müssen nach unten. Ich mag, ich glaube, wir müssen nach unten. Ich glaub, sie sind zu gut. Wo ist er oben? Ja, irgendwo muss ja der Eingang sein. Heimat! Nein, da ist ne Gas, vollkommener Gas. Da sind die Streets. Da oben ist er. Das ist doch nicht der Eingang! Nein, du musst noch ein Stück geradeausfliegen. Dann da beim Heli. Ja, da rechts. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch extra ein Heli für dich. Ganz stealthy mit dem Heli und so. Keiner weiß, dass das an der Basis ist. Ja, Motorräder. Es gibt so einen Berg, in dem die Gegner keine Basis haben. Die sind hier natürlich gewachsen, deswegen haben sie hier dieses blaue Blümchen. Jetzt hab ich's eingesammelt. Du bist durch die Tarnung ruiniert. Das ist natürlich gewachsen. Der Hubschrauber? Ja. 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 Man kennt es, wenn einer abgeschossen wird. Sie sind es wieder. Hey. Ich möchte auch sagen, dass dafür das Leben aller das abheckt, zwei Wochen hinter einem Tarnnetz, die nicht gerade Bauer ist. Also... Aber wir haben Tarnnetz. Ja. Warum genauso immer nochmal hierher? Und Klaus und Klaus und Klaus. Weil wir mit Skal schienen wollen. Was ist das dir wegen jetzt Geldkredit? Nein. Hab ich die Kredits erfunden? Nein. Ja, eigentlich doch. Das ist sowas wie Bitcoins und schlecht. Gute Doji-Coin. Doji-Coin. Das ist nicht alles noch. Krass. Beim Shop gibt's neue Waffendinge. Irgendeiner redet jetzt mal mit dem. Okay. Dass die Zeit umgeht. Und... Ihr könntet jetzt halt shoppen. Servus, Hilde. Ich bin's mir ja folgendes. Ah, nee. Möchten Sie ansehen? Ja, Alter. Ganz viel Betel. Und die Leute? Naja, sie wurden zur Arbeit gezogen. Emotional, übelst emotional. Ich suche Brüderesgespräch mit dir. Du bist ein toller Mensch. Du hast sicher die Fehler nicht mehr absichtlich. Danke. Und der Rest? Einen davon habe ich getötet. Während der Mission. Ja, das war das Problem. Wir erinnern uns. Ich habe keine Ahnung, wer Issa Herzog ist. Man kennt das Risiko des Lebens. Aber ganz ehrlich... Den haben wir oben. Ob sie's... Ob sie's verdient hat? Wir tun, was wir können, Jace. Wir haben heute ein paar Leute verloren. Aber da draußen sind noch... Wohl weiß ich jetzt, welche Waffe hier gut ist. Wird ja gar nichts angezeigt. Frag's hier doch einfach mal. Natürlich. Danke für alles, was sie tun. Ey, Waffe, bist du gut? Diese Leute. Und für mich. www.witchmethod.com Ich geh wieder an die Arbeit. Oh, wie ganz du noch mit... Oh, a la Paladin 9 SSG-Til. Eine M4 ist doch immer gut, oder? Informieren Sie mich über ihre Fortschritte. Ja, ohne M4-Taktik, eine M4-Short, die habe ich lange benutzt. Ich habe auch irgendwas, was irgendwie in M und eine 4 im Namen hat. Oh, eine FHL wäre aber auch nice. Was ist das teuerste, was ich mir kaufen konnte? Dann nehme ich 12 davon. Wow, das ist einfach schlechter als meine Waffe. Klasse. Wollen wir einfach mal nichts sagen machen? Kann man das schon? Nee, das wurde mir direkt angezeigt. Der Atma ist auch schon angenommen. Das ist Episode 1, also... wird's schon okay sein. When you say nothing at all... Ja... Ja... Aha... Das ist meine Scheiße. Also, wir werden so... Äh... Bad Girls. Cool World Parameters. Hast du dir dein Leben so... Licht ich in my Batgirl. Licht ich in my Batgirl. Hä, krass, der Squad Leader kann die... Kann sagen, wie die... wie die Welt quasi zusammengebaut wird. Also, wie viel Gegner man hat und wie viel... Drohnen es gibt und wie viel... Helikopterpatronen es gibt. Wusstet ihr das? Weniger Drohnen. Ganz viele dumme Gegner. Ich hab schon mal direkt ein... ein Markergelist, wo wir hin müssen. Ja, du hast einen Kill gemacht. Also, ich... Ich überlege grad, mir einen Riemenharnisch zu kaufen. Glaubt ihr, das wird mir stehen? Glaubt ihr, ich bin der Riemenharnisch-Typ? Ähm, was müssen wir denn jetzt machen? Was ist denn hier Mischen? Nachforschung einstellen und Rosebo... Ein Rosenbub! Wie süß! Also, ich muss erstmal noch kurz hier in mein Biwak und mir die... Obwohl, ich hab die AK jetzt noch gar nicht getestet. Fühlt mir's doch aus, ob mir die AK gefällt. So. Was hab ich denn jetzt? Irgendwas hab ich doch jetzt geshoppt. Was hast du nur da drüber markiert und warum? Was ist ein Grund? Ich hab vergessen, was ich geshoppt hab. Ich werd alt. Ah, ein Oberteil. Genau, ich hab mir einen... Wo ist es denn? Es ist nahe Auction Glade. Ach, deswegen hat er das dahinter markiert. Ich verstehe. Ich hab mir einen gepanzerten großen Regenmantel gekauft. Sehr schön. Und das ist die falsche Frage. Hä, wie funktioniert das mit den Blueprints? Kann man die irgendwie benutzen dann? Ja. Ich hab's schon im Laden. Du kannst die im Laden kaufen, dann kannst du in Biwak diese Waffe herstellen und verbessern. Hä, ich hab angeblich voll viele Blueprints. Jetzt, warum kann ich die da nicht benutzen? Wie doof. Was hab ich hier nur? Ha. Unlock next strength in the skill menu. Ha. Okay. Es wird jetzt sehr gut gemacht. Phän welchen. 就是 jetzt das mit dem Blueprints und dem Blueprint. Wie du kannst? Du kannst. Du kannst. Aber es ist ja sicher. Du kannst. Du kannst. Du kannst du B comma. Du kannst du first mal. Du kannst du hier. Du kannst du beim Blueprint. Du kannst du hier. Du kannst du hier. Du kannst du auf! Du kannst du hier.